Moin, mein Name ist Jan Wietz. Ich bin Chefarzt der zentralen Notaufnahme der Asklepios Klinik St. Georg. Wir behandeln rund um die Uhr alle Notfälle, mit denen sich Patienten bei uns in der Notaufnahme vorstellen. Wir sind unter anderem zertifizierte Chest Pain Unit und Stroke Unit und haben ein überregionales Traumazentrum.